Wo auch immer Malte Kelly auftritt, gibt es kein Halten mehr. Die Musikerin gibt auf der Bühne alles und begeistert regelmäßig ihre Fans. Auch ihr Besuch im ZDF-Fernsehgarten sorgt für Furore. Die 39-Jährige liefert eine Hammer-Show ab und sieht dabei auch noch umwerfend aus. In einem königsblauen Jumpsuit mit Fledermausärmeln und hellem Taillengürtel macht die Blondine eine fantastische Figur. Malte scheint sich auf der Bühne am Mainzer Lerchenberg pudelwohl zu fühlen. Ob das wohl auch an den zwei leicht bekleideten Tänzern liegt, die sie bei ihrer Show unterstützen? Die durchtrainierten Männer gehen mit der früheren Kelly-Family-Sängerin ganz schön auf Tuchfühlung. Und Malte scheint es zu gefallen. Ihr Gesichtsausdruck spricht Wände, sie strahlt bis über beide Ohren. Seit der Trennung von Ehemann Florent im Oktober 2017 ist die Musikerin offiziell Single. Sie kann diesen Anblick also in vollen Zügen genießen.